Pfeile Ne, haben wir keine? Gut, also dann erstmal hier einsortieren alles So, gut, haben wir Papier heben wir auf, das kann weg, das kann weg So, das heben wir auf, da, 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 da Und da, so Was wir machen könnten Teil von der Herzkanister, mal gucken, wie bauen wir die denn? Gelbes gibt noch rotes, ich will ja wissen, wie die umbaut Nekrotischer Knochen verziert, Apfel, leerer Kanister, ach du liebe Zeit Okay Gelbes Miniherz Ne, ne, die Miniherzen, genau, die will ich ja weiter passen So, nekrotischer Knochen, ja super, gibt es gar kein Rezept für Leerer Kanister, haben wir ein Rezept Fazierten Apfelcreme auch hin, aber wie braucht man nekrotischen Knochen? Ach, ich lieb's ja schon wieder Können wir eben gucken Dekrotischer Knochen So Nekrotischer Knochen, Minecraft Dingus Construct, Rezepte, genau So, wie baut man nekrotischen Knochen? Na komm, da haben wir ein Rezept Äh, brauchen wir jetzt wirklich die fünf verschiedenen Sachen Dingus Construct, Rezepte Äh, okay Warte mal, ich guck mal in der Wiki nach FTP-Wiki, so Äh, nekro Nekrotik Bone, genau So, Rezept Wie bauen wir den Gibt's kein Rezept für, willst du mich verarschen? Ach, die kriegt man von Witterskeletten, okay Äh, okay Äh, okay Kriegt man nur von Witterskeletten Och, schade Okay, gut Dann halt nicht So Da haben wir nochmal eben hier Okay, müssen wir also erst Witterskeletten-Farm gehen, tatsächlich Um die zusammenzukriegen Gut Wissen wir da Bescheid Uns hören nicht mehr auf zu pissen Das ist da Okay, gut Dann basteln wir mal weiter drüben Was zu essen sollte ich mitnehmen Warte mal, wir drücken Brot und alles Da So Geht das hier eigentlich auch? Autofeder Leuchtendes Brot Ja, ne, ist klar Fried Slice Ah, okay Ne, geht nicht Gut Konnte nämlich in der 164 in der Aquariums Geist gegen das So konntest du Brot nämlich einfach Und Äh, nochmal braten Und konntest du Toastbrot draus machen Und, äh, ja War dann einfach effizienter So 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 Dann fangen wir hier jetzt einfach eine neue Plattform an Und zwar Vier Fünf Sechs Äh, warte mal Wie groß wollen wir den machen? Neun mal neun Äh Und auch neun hoch dann Mit Zwischendecke allerdings Äh, so Wir können ja quasi die Seite jetzt schon als Mitte, 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 Mitte für den Würfel nehmen Das wäre dann der Energieraum, den verbauen Den kompletten Würfel, den wir komplett mit Energiezellen vollhauen Ja So, das heißt Mitte Dann haben wir eins, zwei, drei, vier Ne, halt, Mitte müssen wir mitzählen Eins, zwei, drei, vier, fünf Sechs, sieben, acht, neun Ecke Ne, warte, jetzt mache ich einen Deckfehler Das wird ja riesengroß werden, das Ding dann Äh Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Ähm Der andere Seite, die Siebener hätten noch Fünfzehn mal fünfzehn Ist auch ziemlich groß Gut, wobei, wenn man sieht, die Smelterry braucht alleine Äh Eine Fläche von fünf mal fünf Ist ja ganz Plattform schon voll Wir können ja auch größer bauen, was soll denn das Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun So Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun So Dann haben wir eine schön große Plattform, aber dann auch Platz zum Basteln Drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Gucken, wie groß das Ding ist, eins, zwei, drei, vier, bis Mitte sind's neun Zehn, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn So Elf Zwölf Dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn Und Ecke So Ich wollte eigentlich hinhauen jetzt Drei, vier Äh, nee, Quatsch Zwei, fünf, sechs, sieben Acht, neun, zehn Elf, zwölf Dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn So So Ziemlich der Ring mal fertig Mit dem Billas One wäre das Ganze natürlich wesentlich leichter zu bauen Aber wir haben noch keinen Wir hatten bisher auch noch nicht das Glück, einen rauszuziehen Aus den ganzen Monster, äh, Päckchen, aus den Lootbacks Aber Gut Wir können uns auch einen selber bauen später So Dann gibt es zwar absolut riesige Räume, aber Ist ja egal Ist ja unsere Welt, hier in der Welt gibt es ja gar nichts Wir können ja hier endlos vor uns hinbasteln So lange wie wir wollen Und vor allem können wir auch so viel Platz nutzen wie wir wollen Ist ja völlig egal, macht uns ja niemand streitig hier So Da, 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 so So Siehst du, da haben wir richtig schönen Platz So Ich bin jetzt am überlegen Sollen wir hier mitte, mitte, mitte machen Oder soll man das hier gleich als Sieb und Verarbeitungsraum machen Sprich Die Smelchery hier dann Rein verlegen Und hier dann auch den Siebraum reinbauen Wir müssen ja dann auch die Monsterfarm da anschließen Dass die ganzen Items aus den Monsterdrops dann nachher Äh, hier reinlaufen können Ist ja aber kein Problem Wenn wir den Raum jetzt hier als mitte, mitte, mitte machen Vorne dran den Schmelzereiraum dann Gesamt-Siebraum Äh, können wir den Monsterfarm hier einfach unten drunter Hinpacken Was ja auch sinnig wäre wegen dem Strom Weil wir dann auch mit Autospaunern und allem arbeiten Dann können wir nämlich obendrauf noch ein komplettes Stockwerk packen Wo wir dann farmen und alles hinmachen Hier Baumplantagen für mehrere Sorten Bäume Eine Farm hinbasteln Und solche Sachen Mal gucken Wie wir das ganze basteln könnten Ich würde aber fast sagen Den Raum machen wir jetzt hier als mitte, mitte, mitte Also das absolute Zentrum des Würfels dann Nachher Ähm Und hier haben wir dann die dicken Energieanlagen rein Die dann richtig viel Saft speichern können Den wollen wir auch brauchen werden Da wird nachher richtig viel reinlaufen Äh, richtig viel Strom hin und her laufen dann So Alleine deswegen, weil ich sie jetzt auch brauchen So, sind das jetzt 17 Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn Tatsache Gut Siebzehn mal siebzehn Wunderbar Sehr gut Okay, dann können wir schon mal anfangen So Die unterste Reihe haben wir ja gesagt So, das Fundament machen wir aus den Kobbels nochmal Und alles oben drüber dann Wände, Decken Machen wir dann dementsprechend dem, was dann hinkommt Also dann oben, äh, Etage oben dran Kommt dann Holz und Erde Aber durch die Zwischendecke sieht man das ja dann eh nicht So Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben So Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sieben Genau Dann gibt das immer den Übergang zur nächsten Plattform Drei, vier, fünf, sechs, sieben Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sieben So Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sieben Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Perfekt Dann haben wir auch schon mal die ganzen Eingänge markiert Dann wird das der Raum mitte, mitte, mitte So Sehr schön Okay, du bist noch fleißig am Knöttern hier So Hier stehen wir nie Alter, ist schon wieder leer Okay Wenn der Kreebler oben immer noch fest ist, nee Mittlerweile hat das aufgegeben scheinbar Okay Wir haben ein bisschen was an Zeug da drin Das wird schon ein bisschen Gaudi, das Alles umziehen zu lassen Aber okay So Äh Yo So, unsere anfängliche Sammelkiste hier Gut Dann haben wir noch den ganzen Krempel drin Hunderte verschiedene Sachen Müssen wir auch mal richtig einsortieren Alles Aber später mit ME-System geht das ganz schmerzfrei So So, du bist noch fleißig Jetzt wollen wir mal gucken Kriege wir dich mit vier Stück noch angeschlossen So Zwei, drei, vier Verdammt Reicht nicht Okay So Dieser Drechter ist Wahnsinn Der frisst einfach alles Alles, was er nicht soll Nimmt er mit hier So Was haben wir denn für die Hardment gebraucht? Hardment fluid duct Maybe any temperature In war und Quarz klar Das machen wir Im Aloy Smelter Ging das nicht noch anders da? Waren das die? Achso ja, genau Das sind die geschlossenen In war und Blei So, mal gucken 10 Nickel Das ist wahnsinnig wenig Was wir da rausgekriegt haben 13 Nicht sehr viel Eisen, Aluminium Tonnenweise Okay, ja gut Weil wir uns mal nicht beschwerten Ich meine, wir haben das für völlig unherausbekommen Also So, ich geh mal eben Eisenhammer Klöppeln Haben wir noch in Ne, ne? Aber Eisen ohne Ende Zwei Blei haben wir noch Okay Geben wir mal einen Eisenhammer Kloppen So Dann knötern wir das Ganze mal kurz um Liegt den Sichel haben wir jetzt mal weg Immerhin brauchen wir den Sterner Nämlich ein bisschen So Zwei Stickys Und eine Werkbank So Da, da So Eisenhammer Dann packen wir den ganzen Krempel mal aus Kloppen wir es einmal um In der Hoffnung, dass es etwas mehr wird So Einmal win, meine So Da, 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 da 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 So Plumps So So Äh Zin ist schon mal mehr geworden Blei Ich hab jetzt gar nicht drauf gehabt Ach, das waren das Wir waren das Ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet Nicht, dass wir jetzt irgendwo was verkloppt haben Aber das kann ganz schnell passieren hier So Naja, 15 Sind 30 Bachen, das ist okay So Für den Anfang, weil wir dann mal einen Pulverisierer gebaut haben Geht das sowieso wesentlich angenehmer das ganze So In dem Hinterstellen Zack Damit wir auch alles auffangen So Zacky Zacky So Okay Unsweet Ascent Conduit Fassade Un Conduit Conduit Fassade Okay Aha Uh Gut So Wie steht man hier? Goldeisen Hast immer noch ein Haufen drin Haufen drin 2 Blei Was noch mal gesagt? Inba Ach Da fehlt Nickel für Stöb Deswegen konnte man sich weitermachen da fehlt Nickel für Äh Da 14 Kriegen wir da raus Okay ok 14 mal gucken ob man nicht aus ein bisschen mehr machen können 14 das sind schon mal 16 ein bisschen mehr wie 16 haben wir schon mal zwei mehr drei mehr schon mal nickel oder das ja genau das ist nicht schlampig so dann kann man mal gold rauslassen dann können wir das eis nämlich noch drin lassen dann haben wir das nickel hier mal ein teil von rein ich will alles hier umknötern und sommer tonnweise in war lassen wir das kurz mal durchlaufen kann sich das schön mit dem eisen vermischen hier so da kann ein paar dachs bauen und ich gehe noch mal smattery film kein punkt dass sie uns trocken läuft wird weil dann haben wir nämlich das problem das ist dann wieder folgen sondern nämlich das problem dass uns die sachen hier drin ich weiß nicht ob die noch flüssig bleibt dann dass das problem ich habe keine ahnung ob das zeug flüssig bleibt so so zacki zacki so haben wir da ein bisschen was drin ich muss mal ein bisschen leer ist ich weiß es nämlich auswendig nicht was sich miteinander vermischt so in war wunderhübsch jetzt ein paar leitungen noch machen so 12 das reicht erst mal für den anfang der könne das mattery zumindest schon mal anschließt so